Willkommen zur Spielvorstellung von Klaus Troh, einem rundenbasierten, symmetrischen, abstrakten und zufallslosen Strategiespiel mit vollkommener Information. Die Vorstellung gliedert sich in benötigtes Spielmaterial, dem Spielaufbau, dem Spielziel, dem Spielablauf sowie dem Spielende. Klaus Troh wird auf dem abgebildeten, quadratischen, 5x5 Felder großen Spielbrett gespielt. Es werden vier schwarze und vier weiße Spielfiguren benötigt. Das Spielbrett wird zwischen die zwei Spieler gelegt und die Spielfiguren wie in der abgebildeten Grundaufstellung positioniert. Ziel des Spiels ist es, mit einer eigenen Spielfigur das gegnerische Eckfeld zu erreichen. Oder durch den Gegner vollständig blockiert zu werden. Damit lässt sich Klaus Troh in den Spielkategorien, rein vom Spielziel, den Zielarealspielen, aber auch den Blockadespielen zuordnen. Die Spieler einigen sich, wer beginnt. Anschließend wechseln sie sich ab. Passen, also bei der Aktion aussetzen, ist nicht erlaubt. Gespielt wird ausschließlich auf den Spielfeldflächen. Beim Ziehen wird eine eigene Spielfigur auf ein orthogonal angrenzendes, leeres Spielfeld in Richtung des gegnerischen Eckfeldes bewegt. Beim Schlagen wird eine Spielfigur in beliebige Richtung auf ein diagonal angrenzendes, vom Gegner besetztes Spielfeld bewegt. Dessen Spielfigur gilt als geschlagen und wird vom Spielbrett entfernt. Der schlagende Spieler muss diese Spielfigur sofort auf ein unbesetztes Spielfeld seiner Wahl setzen. Das Spiel endet, sobald ein Spieler eine eigene Spielfigur auf das gegnerische Eckfeld bewegt. Dieser Spieler gewinnt das Spiel. Ebenfalls gewonnen ist das Spiel, wenn in der eigenen Runde weder gezogen noch geschlagen werden kann. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie auch gern bei weiteren Spielvorstellungen vorbei. Wie möglich? Wenn es um ein Reise zu machen geht, ist es geändert. Wie möglich ist es? Der Torhüter bitte ein Kilo wieder um Verschwörungstheorien. Der Torhüter bitte ein Kilo. Die Dimmel sind schon 20. Wie möglich ist die Slamm... Wie möglich?